Hi, hier ist Svenja und heute wird's Funke. In diesem Video zeige ich dir zwei Funk-Knicks, mit denen du die für diese Stilistik wichtigsten Dinge lernen kannst. Und zwar die Dämpfung deiner Greifhand und die gleichmäßige Bewegung deiner Schlaghand. Wenn du also gerade mit Funk-Gitarre anfängst, bist du hier richtig. Den Funk-Sound kannst du am besten mit einer Strat-plus-Single-Coils nachbilden, wie zum Beispiel mit einer guten alten Fender. Ich nehme dafür am liebsten die dritte oder vierte Tonabnehme-Einstellung. Deinen Amp stellst du clean ein, aber je nachdem, was du spielst, kann auch ein leicht angezerrter Sound gut klingen. Besonders schön sind Funk-Knicks natürlich mit Wawa, aber die folgenden spielen wir erstmal ohne. Schließlich geht's anfangs vor allem um die Technik und die Spielereien kommen später. Du darfst ruhig etwas fester anschlagen, damit es knackiger klingt. Für die Ghost Notes reicht es aber, wenn du die oberen 1-2 Seiten triffst. Im Funk kommt vor allem Akkorde auf den hohen 3-4 Seiten vor. Meist sind dies verschiedene Variationen von vier Klängen wie Dominant-Sept-Akkorde, aber auch Dreiklänge finden Verwendung. Für die folgenden zwei Licks ist vor allem der Groove entscheidend. Hier sind deine Greif- und Schlaghand gleich wichtig. Deine Schlaghand ist der Antrieb und bewegt sich konstant in Sechzehnteln, während deine Greifhand durchs Greifen und Abdämpfen den Rhythmus macht. Schauen wir uns doch einfach mal das erste Lick an. Du spielst die Akkorde E und A-Moll und kannst damit im Übrigen Prima Sing von Ed Sheeran begleiten. Auf D1 spielst du eine punktierte, also synkopierte Achtelnote. Der Punkt bedeutet, dass die Achtel eine Sechzehntelnote länger klingt, bevor du kurz vor dem zweiten Taktschlag eine weitere Sechzehntel auf dem Akkord spielst. Du kannst am Anfang die Synkope erstmal mit Ghost Notes füllen. Das heißt, du spielst auf D1 den offenen Akkord mit einer Sechzehntel, dann zwei Sechzehntel Ghost Notes und dann wieder den offenen Akkord mit einer Sechzehntel. Sobald du dir mit dem Rhythmus dann sicher bist, lässt du die Ghost Notes weg und machst stattdessen Luftschläge über die Seiten. Dabei kannst du dich auch vor einen Spiegel setzen und deine Schlaghand beobachten. Bewegt sie sich während der Synkope gleichmäßig? Außerdem solltest du natürlich auf die Dämpfung deiner Greifhand achten. Durch einen Mini-Barré mit deinem Zeigefinger kannst du die D-Seite mit der Fingerspitze abdämpfen. Zusätzlich solltest du den Daumen über den Hals legen und damit E- und A-Seite abdämpfen, damit diese nicht mitschwingen. Versuche alle Akkorde möglichst kurz klingen zu lassen. Das heißt, du musst alle Finger gleichzeitig anheben und darfst keine Seite weiter aufs Griffbrett drücken. Ich spiele dir nun das Slick langsam mit Ghost Notes und dann ohne Ghost Notes vor. Musik Bis zum nächsten Mal. Und nun im Originaltempo. Das zweite Lick ist rhythmisch genauso wie das erste, allerdings slidest du hier auf der 1 in den Akkord. Du beginnst also einen Halbton bzw. einen Bund tiefer, greifst hier den Akkord und machst dann den Slide. Am einfachsten ist es, wenn du die Akkorde mit Minibarris greifst. Das kannst du dir gleich bei mir anschauen. Die Akkorde, die du spielst, sind Gmaj7, D9, Amol und als Überleitung am Ende Amol 9. Wieder erstmal das Lick in langsam und dann im Originaltempo. Musik Viel Spaß mit diesen Licks. Wie bei jedem Stilfrage-Video kannst du dir auch zu diesem die Tabs kostenlos herunterladen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, solltest du Songs von bekannten Funkinterpreten hören und transkribieren, wie zum Beispiel von Tower of Power oder Nile Watchers. So lernst du die Stilistik am besten kennen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, denk an den Daumen nach oben und einen Klick auf den Abonnieren-Button. Danke, dass du reingeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Keep grooving. ...